Was ist das Besondere an der IP7? Die Masse an PHP-Entwicklern ist relativ groß. Gute Themenmischung. Viel Inspiration. Geballtes Fachwissen. Eine ganz, ganz tolle Atmosphäre. Das ist ein guter Mix. Wir sprechen jetzt die gleiche Sprache. Well, have you heard about the cloud? Es warst nicht so fun. Es ist gut und hält in das Website. Kurz nochmal wieder gefragt. Gutes! Sehr offenes Publikum, sehr gemischtes Publikum, auch ein sehr junges Publikum. Wissen, Kultur, Motivation. Wissensgewinn natürlich, Trends, Innovation, Technologien. Genau das Richtige für mich, um weiterzukommen. Und guter Kaffee. Nicht verpassen.